Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aha! Aha! Hab ich dir gesagt, Serien? Was hab ich dir gerade gesagt? Hat er dir zu wenig versprochen? Das kann nicht jeder, Minion. Ich hab das aber auch schon mal geschafft. Jungs, was geht ab, Freunde? Ich bin's wieder, Leon Maché am Start. Freunde, heute ist der langersehnte Tag. Ich weiß, die Tage kamen wieder keine Videos, aber wir haben uns auf was richtig Krasses vorbereitet. Das langersehnte Video mit Selim! Warum schrückst du jetzt auf mich? Ja, okay Selim, ist gut. Was drehen wir heute für ein Video? Fortnite Video. Was drehen wir heute endlich für ein Video, Mann? Fortnite Video! Sagt das den Leuten da draußen! Fortnite Video! Tschüss! Ich komm mit! Irgendwann später! Komm, wir gehen jetzt hier rein und bis heute Apo und Red zusammen Fortnite spielen! Heute ist dein Tag! Bist du aufgeregt? Ja! Teuer! Hier vorne sitzt gleich links Apo Red, okay? Mhm! Komm! Jens! Hey, ich hab das hingesehen! Apo! Es geht erstmal! Zählen wir heute mit dem Fortnite spielen! Mhm! Pssst! Komm, wir willst du Fortnite spielen oder wie? Mhm! Ist das Apo Red? Keine Ahnung! Apo, wo bist du, Mann? Was geht ab, Kleiner? Alles gut? Das ist Onkel Leon und Onkel Red! Also zum ersten Mal! Also endlich! Hast du immer seine Videos geguckt, ne? Kennst du, sein Traum geht endlich in der Ferne? Ich denke, er checkt dich! Was kannst du Selma jetzt sagen? Ist er qualifiziert oder nicht? Der junge Bursche! Auf jeden Fall! Wir zocken einfach ein paar Runden und dann stelle ich ihm brutale Fragen und gebe mir ein paar Tipps, Digga. Mal gucken, ob er alles einhält! Komm, Selma! Ein Fortnite-Tanz wollen wir sehen! Ich kann das selber nicht, Digga! Ich versuch das immer! Kennst du mich? Ich kann das nicht, Digga! Ich will jetzt gegen mich Fortnite spielen! Gegen mich Fortnite spielen? Ja! Erstmal gehen wir hoch und gucken, wie ApoRed Fortnite spielt! Nein! Ich bin so aufgeregt! Also Selma! Das geheime, legendäre Apo-RED-Zimmer! Guck, Selma! Du musst jetzt ApoRed sagen, wie er spielen soll, okay? Und du musst mir auch sagen, welchen Skin! Ja! So! Wir haben jetzt so einige Skins hier am Start! Ja, du hast alle drei! Nicht alle! Den Kuschelbär! Kuschelbär? Ja! Den hier! Ja! Ich lande immer als Erster hier auf der Terrasse! Weißt du, warum? Weil ich hab die... Sön, ich hab dir gesagt, du musst einen Epis und Sieg machen! Aha! Was?! Ey, das kann eigentlich nicht sein! Boah! Das war ein Spielfehler! Ach du Scheiße! Ahahaha! Äh... Ja, Moistie! Guck mal, Minis haben wir gefunden! Aha! Zehn mal MPs! Ja, Moin! Was lustiger! Du kannst die zwei wegsmeißen! Du kannst die zwei wegsmeißen! Guck mal jetzt! Ich behalte sie! Gegner hier, guck mal jetzt! Aha! Guck mal jetzt! Guck mal jetzt! Guck mal jetzt! Ich verfolge sie! Er sieht dich nicht! Nein, nein, nein! Komm mal auf damit! Warte, warte! Was macht er? Achso, er hat keine Waffe! Nein, Gott, du hast den Headshot gegeben! Ja, ich wollte ihn eigentlich mit Spitzhacke holen, aber... Scheiße! Der kam mit seiner komischen Granaten, ey! Das haben wir jetzt erstmal geklärt! Diese Gegend gehört uns! Okay? Die gehört uns! Keiner kann hier was machen! Was machen wir jetzt erst? Looten! Loot ist ganz wichtig hier! Ganz lecker Schmecker! Ah, hier ist jemand! Leute! Guck mal jetzt! Guck mal jetzt! Wir warten! Wir warten! Und jetzt BAM! Und jetzt BAM! Und jetzt BAM! Ganz schnell! Oh mein Gott! Er hatte sogar Star! Der hatte alles gehabt! Alles hat er gehabt! Aber er hatte keine Chance! Kommt jemand! Warte! 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 Zack! Ganz entspannt! Jetzt hat er uns noch mehr Loot gegeben! Und ich habe ein Video geguckt! Da warst du so schlecht irgendwie! Keine Ahnung! Pass auf Digga! Guck mal hier ist ein Gegner! Oh Digga! Er war behindert Digga! Der war heftig! Ich bin ich! Das Ding ist, wir haben beide gleichzeitig geschossen Digga! Er war einfach ein bisschen, so ein Millimeter schneller! Kennst du? Ich bin jetzt! Nein, jetzt bin ich! Wir warten nochmal auf einen sexy Arie! Wir müssen ja noch sechs Jahre warten! Ich bin jetzt! Es hat keine andere Waffe! Und ein blauer Skin heißt nur blaue Waffen! Ein grüner Skin heißt nur grüne Waffen! Was soll ich machen? Welche Farbe? Ich glaube das ist legendär! Ich glaube das ist Gold! Der ist legendär! Nein, ich glaube das ist ähm... Ich glaube das ist blau! Glaubst du, der ist blau? Ich glaube, der ist Gold. Und hier liegt eine goldene Waffe. Doch, der ist Gold. Ich kenne den. Hier lag eine goldene Waffe. Gold ist eigentlich schlecht, aber es ist voll lustig, dass wir direkt eine goldene AK gefunden haben. Ja, voll lustig. Hedda, da, da. Oh mein Gott. Aha! Oh mein Gott, mit zwei Süßen. Hast du gesehen? Ja. Hedge hat 96. Das geht ganz schnell, du. Das war der Apo-Eidee. Das war der echte. Ich habe eine Idee. Guck mal, ich höre da welche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aha! Er struggelt. Guck mal jetzt. Da heißt auch noch mal jemand. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Das ist jetzt ganz schwierig, was ich jetzt mache. Das ist ganz gefährlich, okay? Du musst mir die Daumen drücken. Ich benutze die kann nicht. Echt? Das heißt, das hört mich an. Du darfst nur neue Shotgun, aber auch nicht in Healer, leider. Du darfst ja nicht benutzen. Ups, ich habe sie auch so gesehen. Ey, warte. Ich mache ab jetzt nicht mehr. Warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, oben sind die Gegner. Bau ganz schnell ab, bitte. Oh mein Gott. Er hat die Falle schon weg gemacht. Ich bin am Arsch, weil Digga, die haben Shotgun. Ich kann nur mit goldenen Waffen. Das ist voll unfair. Ja, wirklich. Darf er eine Shotgun nehmen, Salim? Eine Ausnahme. Ausnahmsweise. Na, warte, warte. Ich versuche es auch so. Warte. Ich wusste, dass er das macht. Ich wusste es. Das ist auch ein IQ-Play. Er ist gut. Oh mein Gott. Das ist so schwer, ne? Oh mein Gott. Das ist so schwer gerade. Warte mal, eine Sekunde, eine Sekunde. Der Typ ist hart. Ey, das ist heftig. Das ist gefährlich. Der ist todes. Der ist todesgut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du wirst uns waffen. Er verarscht mich, er verarscht mich. Warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der kommt, Digga, das war eine Situation, ne? Aber du darfst gar keine Waffen nehmen. Ich darf gar keine Waffen nehmen. Und dann kommt noch ein Gegner. Man hat wieder eine Shotgun. Aber ich darf die Falle benutzen. Falle darf man vielleicht. Nein, Falle darf man auch nicht. Jetzt werde ich echt am Arsch. Jetzt hast du mich echt komplett rasiert, Selim. Was hast du? Die Zone. Ich weiß, ich weiß. Ich muss das machen. Entweder so oder ich sterbe, Selim. Das ist wichtig. Man muss Prioritäten setzen. Nein, nein, nein. Du kannst sie niemals runter. Du hast nur noch 20 Leben. 44, 43, 42, 41. Ich habe eine Idee. Oh, die ist gut. Die ist gut. Aber vielleicht klappt es auch nicht. Ich finde, du hast nur noch 20 Leben. Ich glaube, ich hätte ein bisschen früher schmeißen sollen. Meinst du? Ja, kann ich jetzt. Das war von der Idee her. Die schmeckt von Umsetzung. Hacho, darf ich jetzt? Richtig, brah. Willst du? Ja. Okay, komm, Selim. Jetzt wollen wir mal ernst machen. Das ist die heftigste Stadt. Jerusalem. Hier kommen sogar einige. So. Zack. Da sind wir noch. Da sind wir noch. Aha. Kleiner 31er. Nun, das kennt mich. Ghostshot? Alles easy. Das kenn ich von Apo als Freund. Komm mal jetzt. Komm jetzt. Ich hab das Video geguckt. Kleine Almondas. Scheiße. Wie er gut zu den, die gerade gemacht ist, ne? Mit... auch andersrum. Und er hat dann gespielt. Ich hab schon viel Kills jetzt schon. Die Leute machen es mir echt schwierig. Warte, warte, warte. Was hab ich dir gerade gesagt? Hä? Hat er dir zu wenig versprochen? Das kann nicht jeder, Minion. Das kann nicht jeder. Ich hab das aber auch schon mal geschafft, zwei auf einmal zu können. Aha. Ups. Alles okay. Alles okay, sagst du? Mhm. Alles in Ordnung? Ja genau, das mach ich auch immer. Oh mein Gott. Hast du gerade gesehen? Uns wollte jemand snipen. Warte, Selim. Ja, der ist oben. Der ist oben, ne? Genau. Guck mal hier. Da ist ja doch der kleine Ganove. Der kleine... Aha. Der kleine 31er. Der 31er hier. Der hat einen Sniper. Guck mal jetzt. Er will uns pushen. Er will uns pushen. Er will Ärger. 31er hier. Guck mal jetzt. Guck mal jetzt. Guck mal jetzt, was ich jetzt mache. Achte jetzt darauf. Achte darauf. Mhm. Das nennt sich IQ Play, was ich jetzt mache. Okay? Mhm. Guck mal. Hast du das... Hast du deinen Namen ausgedacht? Ja, ja. Diese Namen kommen alle von mir, Kappa. Komm. Guck mal jetzt. Guck mal. Warte, er wird jetzt mit seiner... Ah, hieß auch nochmal jemand. Oh mein Gott. Zwischen seine Beine. Das passiert mir so oft, Selim. Hm. Schau mal. Hat auch jemand so gesossen zwischen meine Beine. Lass sie fighten. Alles entspannt. Die werden Energie verbrauchen. Und dann tötest du die und nimmst... Also, dann haben die für dich gearbeitet. Ohne dich. Wow. Das war ganz, ganz gefährlich. Der war... Hier falle. Ganz knapp. Das falle. Unten war noch jemand, ne? Das ist das Problem. Ja, ja. Hier irgendwo könnte noch jemand sein. Aha, da war doch der Loot. Aha. Mad Kid. Guck mal jetzt. Wir haben genug Zeit. Wir nehmen das Mad Kid jetzt ein. Aber weißt du, was ich mich frage? Erzähl. Immer bei so wenig Zeit nimmst du nur noch Mad Kid. Achso, ja normal. Das ist immer wichtig, Digga. Aber nicht bei wenig. Doch, doch. Weil manchmal, vertrau mir, manchmal verdient man nur wegen 1% Leben. Man muss jeden Prozent hier wertschätzen. Das ist wie im richtigen Leben. Du darfst nie 1 Cent oder 1 Euro sagen, das ist wenig. Man darf manchmal ziehen diese Kleinigkeiten, verstehst du? Deswegen würde ich sogar für 1% Leben 10 Sekunden ein Mad Kid nehmen. Weißt du was? Ja. Ich bin ein richtiger Camper. Ehrlich? Guck mal als Ding. Guck mal jetzt. Guck mal jetzt. Guck mal jetzt. Selim, Selim. Guck mal. Guck mal. Guck mal jetzt. Er fällt runter. Nein. Scheiße, er fällt doch nicht runter. Wegen, er hat an den Eis bisschen ran. Die Jungs haben mir nicht geglaubt, dass er einer ist. Aber da war einer. Dann haben die ihn gesniped und die haben LOL gesagt. Lul. Krass. Er verliert gar keine Schäden. Schäden. Nöbel. Okay. Kleine 31er. Du kleine 31er. Aha. Das war's mal wieder. Das war's mit ihm komplett, Mignon. Schäden. 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 Aha. Das ging ganz schnell. Hast du das gesehen? Ja. Machst du nur einen Fehler. Nur einen kleinen Fehler. Und der echt ist hier. Ja. Der kleine 31er. Wir werden jetzt die Seilbahn nehmen. Guck mal, er weiß nicht mal, wo ich bin. Er weiß nicht mal, dass ich da bin. Wir haben quasi... Ich habe quasi den Vorteil jetzt. Ah, aber jetzt hat er... Ich habe den taktischen Vorteil. Jetzt guck Selim. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck mal jetzt. Genau. Ah. Ein Fehler. 122 Schaden. So schnell geht das, Mignon. Er holt sich die High-Ground-Position. Wow. Nur noch drei Leute leben. Aha. Du musst jetzt die drei Leute finden. Guck mal jetzt. Er ist jetzt hier oben. Du musst einen eben bisschen dick machen. Jetzt, 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 chill, chill. Der Rocket Launcher. Boom. Mit Falle. Mit Falle. Mit Falle. Hast du das gesehen, Mignon? Ja. Das war heftig, ne? Ja. Das war... Ich bin nicht mal eingespielt. Ich bin nicht eingespielt. Ich bin jetzt vorbei. Guck mal jetzt. Der andere Typ ist ja hier, ne? Ja, du musst nur noch zwei Leute töten. Dann hast du ein bisschen Ding für mich. Okay. Ah, hier ist jetzt jemand. Hier ist jemand. Guck mal, guck mal, guck mal. Oh mein Gott, der Typ ist heftig. Ja, wirklich. Ja, ja. Kleiner 31er. Sagst du, er ist ein kleiner 31er? Ja. Ja, ist wirklich ein kleiner 31er. Ja. Das Ding ist, er hat halt diese scheiß Rocket Launcher. Ja, die ist stark. Kleiner 31er. Wir gehen jetzt hier. Wir warten jetzt, okay? Wir müssen jetzt schön mit Bedacht spielen. Er hat einen Rocket Launcher. Wir können mit jemandem, der einen Rocket Launcher hat, sehr schwierig jetzt umgehen. Guck mal jetzt. Zack. Mist, 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 Mist. Ach, scheiße. Aua, 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 aua. Wo ist der andere? In einem Flugzeug. Warte, 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 warte. Oh nein. Oh mein Gott. Nein. Du warst so knapp. Nein. Oh mein Gott. Was war's? Ich bin jetzt. Das war sein erster Kill. Hast du heute ein paar neue Sachen dazugelernt? Schon ein paar Sachen, ne? Was fandest du am coolsten? Leon, was sagst du zu der ganzen Aktion? Auf jeden Fall, ich muss sagen, richtig krass, Selim. Cool, dass du mal hier mit dabei sein durftest, oder? Habe ich dir mal hier einen Traum erfüllt. Und musst du Danke hier an Onkel Reddy sagen? Danke. Auf jeden Fall. Fandest du es cool? Mhm. Erzählst du es deinen Freunden? Mohammed, Simon und Musa. Okay. Du bist dir getraut, auf jeden Fall. Okay. Ich war ja gerade in Disneyland, ne? Und hab da was gesehen, da dachte ich mir, hier ein kleines Geschenk, ne? Thanos Handschuh. Ein Thanos Handschuhbecher. Und gleichzeitig auch für den Reddy hier. Ach, ja moin. Ja, wie geil ist das denn, Digga? Kann ich jetzt eine Runde? Der ist schon cool. Der ist echt cool. Kannst du abmachen, Selim? Darf ich bitte eine Runde? Nein. So, danke. Ganz leicht. Ganz leicht. Genau so. Nice. Jetzt will ich spielen. Der ist echt fresh, ne? Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich will doch Fortnite spielen. Nein, nein, nein. Ich muss auf jeden Fall nochmal mit deinem großen Bruder reden, dass du immer heimlich bei ihm noch zockst da, ne? Nein, ich will das wirklich nicht. Der zockt immer. Ich will jetzt noch eine Runde. Der kennt sich schon aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber der ist mehr drin in der Materie wie ich, ey. Selim, willst du das Video banden? Nein. Nein. Ich will weitermachen. Bei wie vielen Likes drehen wir mal noch ein Fortnite Video? 3.000. 3.000 Likes? Oh mein Gott. 3.000 Likes sind richtig krass. Ich will doch eine Runde spielen. 3.000 Likes. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Nein, ich will doch eine Runde spielen. Ich will doch eine Runde spielen. Du kennst den Coach. Du kennst den Coach. Ich will doch eine Runde spielen. Selim, das war mir eine Ehre. Wir wollen doch eine Runde spielen. Du kommst auf jeden Fall jetzt schön nach Hause und spielst zu Hause erstmal. Nein. Jetzt. Jetzt.